ja alles herzlich willkommen hier noch mal zurück auf scally fans und co und ja zurück vom nächsten part hier auf qual zu wir sind damit klänke stehen geblieben und dann machen wir auch mal weiter es war eine schöne passage so ich glaube ich den part umbenannt und so ich sehe ich nicht und klingt müssen wir mal echt eine tasche dabei einbauen dass die die antenne obendrauf die müssen mehr leuchten könnte man was sehen ja so leuchten ich will was sehen so ein bümpchen okay ach so ja alles klar okay da kommen wir jetzt hier Mist Krücke Mist Krücke nicht nichts hat's auch nicht 사고 genau das war nicht schlecht das ist sehr gut gemacht sehr stolz auf dich nur drei räume verschreckt in einem raum nicht mehr naja und da geht es auch weiter dann brauche ich noch eine bombe ok ok bümpchen kommt mit ok nichts passiert ich dachte man kann nicht kisten test messen ok alles klar das dauert jedoch ein bisschen länger jo alles klar du kannst dich aufgeben das ist alles was du kannst ja aber erst später wir müssen erstmal was machen hier so fahren wir mit weil ich muss dich mitnehmen jetzt hier ok ah ja sehr schön passt doch und ein federbott draus machen ja da ist doch ein schönes kartenpäckchen wie man sieht sehr schön willkommen so möchte man gucken aggressor so zu waffen aggressor ja gut ist ein neuer aufgetaucht aber gleich mal schnell mal reinschauen elf kartenpakete ok habe ich wieder welche bekommen ja ok ähm bei einer gruvi tron wo ist ein aggressor ist geblieben pio verpixler aggressor da ist er jo aggressor ist auch oh alpha 1 war schon mal dabei ok kann ich nicht mitreden habe ich nicht so gespielt todes an zu ja muss versuchen was wollte nur noch fertig machen da waren aber vorhin welche noch gewesen ja ja hier ich glaube ich mache mir machen wir machen wir tage erst einfach mal fertig ne dann haben wir nochmal fünf prozent dann passt das reitanium kann man nämlich nicht genug kriegen verdammt jetzt muss ich dann mal rüber ich muss den ja nochmal mitnehmen da den baue ich verdammt noch mal ja klasse ach dem würde ich ja in der rein zwischen das schaffe ich nicht mist schnell umdrehen vielleicht kann dieser magnet weiterhelfen ja der kann weiterhelfen aber erst nachher so gut so meint es gleich so hier und komm mit so warte mal dich müssen erstmal mitnehmen und dann irgendwo abstellen so ich stell dir jetzt mal auf die treppe hier oben ab ja ja hier oben so kannst du da warten aber ich muss mich noch ein kollegen von dir heulen da hinten ist ja noch einer den müsste ich jetzt noch dringend abholen scheiße kirste kommt bekann meine kiste hier kommen nein verdammt Mist verdammt der kurche als scheiß zu den Kirsten wo sonst hin so hab ich wo ich hin will das war echt witzig da warst du denn die falsche Richtung gegangen ja ja ich bin die falsche Richtung gegangen man sieht's so äh deswegen habe ich ja alles was ich brauche weil ich in die falsche Richtung gegangen bin so sehr schön die haben wir auch denn warte mal ich stell hier erstmal gleich mal ein Trampolin drauf äh dahin so dann holen wir dich na einmal mitkommen bitte mhm die kann ich schon umprogrammieren als Brückenbot sieht aber nicht aus wie ein Brückenbot oder doch ja doch so so da oben ist nämlich noch ein Goldiboldi den muss ich auch noch haben ne so dann brauchen wir dich äh ich brauche noch eine Bombe dann muss ich gleich wieder rauslaufen so ein Käs ey das ist aber scheiße so Gott jetzt muss ich nochmal zurück eine Bombe holen ok mhm 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 wir wollen schließlich alles mitnehmen wenn wir schmießen was ist denn hier kaputt wieso ist denn noch eine Kiste hm ok muss ja keiner verstehen so Ja, ja. Tumme ich auch. Dann gehen wir mal rüber. Den schönen Weg, den wir gerade gebastelt haben. Mit der Bombe. Wir wollen schließlich noch ein Goldbold abholen. Kannst du mal schmeißen? Okay, ist frei geworden. So, Goldiboldi Nummer 20 von 28. Das ist doch schon mal eine anständige Zahl, würde ich sagen. So, komm runter. Wir müssen dich mitnehmen. Wir brauchen jetzt alle. Und jetzt können wir euch alle als Energiebot machen. Nö. Und übernehmen einfach deine Magnesen. Das ist erlaubt. Um die Reihe reagiert der Controller nicht mehr. Ganz nett. Für den Kahn sind mehrere Energiebots nötig. Ich muss diesen auch durchsuchen. Ja, zusammen drei. Die haben ja schließlich schon alle gefunden. So. Okay, Energiebot. Oh, ich hab den Anrufmann schon unterbrochen. Ich will jetzt runter. Pfft. Pfft. Ich warne dich, Kampfbot. Du und dieses Terminal sei Eigentum von Drag Industries. Wage ja nicht den Befehl auszuführen. Hm? Du hast es getan. Denk erst gar nicht daran, das Sicherheitssymbol anzuklicken und unsere Systeme zu umgehen. Du hast es wieder getan. Das glaube ich einfach nicht. Bitte kommen, Team. Ich habe das Sicherheitsfeld der Anlage deaktiviert. Gut gemacht, Kumpel. Wir sehen uns auf dem Fabrikrollfeld. Gut gemacht, Kleiner. Das war toll, Clank. Jups. Das war es auch. Äh, Moment. Worüber reden wir? Ich war kurz abwesend. Also, du bist immer abwesend. Also, los. Gehen wir rein und suchen nach Drag. Okay, dann können wir jetzt auch wohl da rein. Ne, da nicht. Äh, hier. Da, da durch die Tür hier. So. So wird schon eher ein Schuh draus, ne? Gut. So, ich glaube, da kommt ein Haufen. Hallo. Okay. Aktiviere Bewegungsscan. Okay, das war mal eine ordentliche Katze, glaube ich. Und tschüss. Genau. So, war hier noch was? Mal, umgucken hier. Sind die Türkaner oder Türkaner auch schon wieder weg? Meine Güte. Meine Güte. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Jetzt geht's da, glaube ich, los. Oh je. Oh je. An diesem Fließband wurde ich erschaffen. Ich empfinde viele widersprüchliche Gefühle. Das glaube ich dir. Bis der Zugang ist gelangert. Baum. Okay, ähm. Ich sehe jetzt mal rein, wird gar nichts. Äh. Das ist sowas von finster. Ich weiß nicht, wo hinten vorwärts ist. Ich weiß nicht mehr, wo die Seite ist. Da ist die Seite. Äh. Moment. So, was haben wir hier noch? So. Da haben wir noch ein bisschen, äh, aufgerüstet und, ja. So, muss ich hier rauf. Wo muss ich denn hin? Äh, okay. Ich glaube, wir müssen da lang. Okay. So. Okay. Sehr schön. Eine Tankstelle. Ja, okay. Okay, wir müssen, glaube ich, schon hier lang. Okay. Jetzt mal den richtigen Abstand hier einschätzen. Und so weiter. Und so fort. Und weiter. Okay. Das hat, glaube ich, jetzt gut geklappt. Das ist nicht so ein Scheiß hier. Okay. So. Sollte gerade schießen mit dem Turm, aber haben wir mal eine falsche Taste. Ganz clever. Die, wie du mal weg hierher. Ja, ja. Wie du mal weg hierher. Nicht von hinten anschleichen. Nicht von der Seite. So. So. Ist noch jemand. Sehen wir mal. So. 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 Wie ist das, dass der Schimmel rauskommt? Nee, kommt nicht. Okay. Sammeln wir gleich ein. Yeah. Die zieht aus wie eine Riederkarte, oder? Das sah aus wie eine Riederkarte. Rieder 5. Na, aber hallo. Ich habe doch Augen in der Glotze. Äh, ich meine im Kopf. So, damit haben wir schon eine Riederkarte. von dem dritten sehr schön finde nur zwei stück okay das war sehr wichtig der raum hier fast vergessen es geht da gar nicht würde mich ja jahre für schämen so nein hier muss ich wirklich durch jetzt ach du mein schreck ja von hier aus bin ich gerade gekommen aber ja hier steckt noch ein bisschen was heilige maria und josef und so weiter da muss ich jetzt wirklich durch der ist ein bisschen gefährlich muss das sein ist so gefährlich das ist so ein bisschen so elektrisierend wirkt das ganze ich hab's doch gesagt man ist ein bisschen elektrisieren das ganze sehr gefährlich ja aus geh aus da durch wo ist in zukunft ja ich mache mit moment wo ich nicht sehe ich mache mit ja meine zukunft sind auch toll ich sehe wieder nichts jetzt glaube ich runter ja wieso ist es so finster hier so eine frechheit ich sehe nichts wo kommen die wolze her ja wie komme ich da drüber da ist eine plattform wo ist denn eine plattform ich sehe keine plattform das ist so scheiß dunkel man sieht gar nichts ich werde das sehen dank nochmal man geh hoch da scheiße ich brauche ich aber hells ja los geht jetzt hast du mal gesundheit für mich nö doch gerne losgehen ich brauche gesundheit ne jetzt muss ich da lang ne ne oh ne ey nope ey sieht hier jemand was oh ich bin voll oh ich seh kein stück ich seh nichts da muss ich frei weg äh feuern kann nichts sehen kann kein bisschen was sehen ist ja schwarz wie die hölle ok jetzt sehe ich ein bisschen was wo bin ich wo bin ich wo bin ich das ist Käse wenn man nichts sieht ja keine munition mehr danke ist er weg oder wo ist noch ein feind weg von hier ich seh nix das ist nicht gut ich seh ich seh kein bisschen ich bin ja total blind worauf hast du denn gerade gefeuert da ist ja keiner mehr oh verdammt wieso ist es zu dunkel hier ja ich habe gesagt es ist zu dunkel ich seh nix das ist nicht gut für mich überhaupt nicht ich habe eh keine Orientierung wenn es dann noch zu dunkel hier kommt mir für mich flie 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 mister vollkommen so oh ah 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 ist mein leber boah ich bin wieder irgendwo ja oh meine güte ja ganz klasse die luft ist rein meine güte also das ist schwierig also ich hoffe es wird irgendwie ein bisschen heller also das ist mir zu dunkel ja klasse du hast es geschafft setze jetzt den Dietrich ein um auf die Tankstelle zugreifen zu können ja ok ei gott verdammte kacke das ist ein zweier ok tja aber das wäre ich jetzt richtig hahaha ich habe keine Ahnung gut das ist auch nichts neues ähm ok ich habe Ahnung gehabt so hm 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 monischen und ich kann mich auch laden gut lass uns die obere ebene sichern damit wir ins büro können mit die oben ebene sichern sehr witzig sehen könnt ist unser kampfwort voran riesig ein perfekter zeitpunkt neue märkte in der ganzen galaxie zu erschließen okay alles klar ich habe schon 30 davon entfernt ja ich suche gerade die kampfbots die bombe nicht rufen zielt er ja nicht mit krücke ja sehe ich genauso was im raum ich bin aufgeladen ja ich sehe keinen wo ist der ein feind ich bin aufgeladen das war doch nicht alles jetzt hier oder was jetzt habe ich keine munition mehr das kann doch nicht sein okay ich habe keine ahnung wo ich jetzt gemeint bin ich muss auf jeden fall auftanken okay ja wie ich sehe wäre der part auch schon ein bisschen dünn wieder so haben wir ein bisschen energie tanken jo schießt da jemand auf mich ich hoffe nicht die gegner sind ja glaube ich keine mehr da ich habe gehört die gegner sind erledigt ich hoffe doch dass er da an dem ist aber wo ist denn hier eine tankstelle ist okay vielleicht liegt man da oben dann wird man ja sehen ob da noch jemand schießen tut ne ich glaube nicht wir haben erstmal glaube ich erstmal hier so gut wie erstmal aufgeräumt ne jo ich glaube schon also dann sehen wir uns im nächsten part wieder wo denn hier dann weitermachen jo ich hoffe noch ein bisschen was zu erledigen hier ist noch nicht alles so alles lilly bis später sagt euer tinkebell und das hat natürlich bye bye okay joey